So, und wer darf jetzt als Erste raus? Okay, innen, innen, muh und raus darfst du. Und du, und du, und du. Tierwohl heißt bei Zurück zum Ursprung, täglich raus ins Freie. Und das sind 365 Tage im Jahr. Gesunde Lebensmittel bekommt man nur von gesunden Tieren. Das ist Tierwohl im Kreislauf des Lebens.